Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, der Streit um Spider-Man zerreißt das Marvel-Universum. Streit um Spider-Man. Künftig wird der Comic-Held nicht mehr mit den anderen Stars aus dem Marvel-Universum zu sehen sein. Sony und die Disney-Firma Marvel streiten sich über die Rechte an Spider-Man. Der Superheld könnte künftig nicht mehr in den Avengers-Filmen zu sehen sein. Dass ausgerechnet der Spinnenmann ausscheidet, wäre der größtmögliche Verlust für Marvel. Hätte Peter Parker das bloß gewusst, seit dem 4. Juli dieses Jahres schwingt der freundliche junge Mann, der als Superheld Spider-Man-Welt bekannt ist, im neuen ersten Blockbuster Far From Home durch New York, Venedig und Berlin. Und er entscheidet sich für einen schicksalhaften Satz. Gerade hat er in einem nobelen Restaurant ein halbes Dutzend fieser Verbrecher mit Schwertern und Maschinenpistolen entwaffnet. Da grinst der herbeigeeilte Polizist an und erklärt, ich mache jetzt Ferien. Wer hätte da denken können, dass der Comicheld vielleicht schneller in Rente geht, als ihm lieb ist? Die Erfolgsgeschichte des Spinnenmannes beginnt im August 1962 im Comicheft Amazing Fantasy Nummer 15, erschaffen von Stan Lee und Steve Ditko. Der vollweise Peter Parker wächst bei seinem Onkel Ben und seiner Tante May auf. Ein junger Außenseiter und Nerd, der mit Mühen und Problemen des Alltags zu kämpfen hat. Nach dem Biss einer radioaktiv verseuchten Spinne entwickelt Parker verschiedene Superkräfte. Plötzlich ist er kein Außenseiter mehr, sondern flink wie eine Spinne, kann aus Netzdrüsen an seinen Armen spinnen und sich an elastischen Fäden von Haus zu Haus schwingen. Als sein Onkel Ben erschossen wird, beschließt Parker, sich der Verbrecherjagd zu widmen. Spider-Man ist geboren. Doch in der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte gibt es immer wieder Streit um den rot-blauen Superhelden. Jetzt verliert Filmgigant Marvel seinen beliebtesten Superheld sogar. Und das schon zum zweiten Mal, als die Comicfigur Spider-Man 1998 für 10 Millionen Dollar an Sony verkauft wurde, galt das Marvel-Universum noch nicht als Kassenschlager. Doch mit den Filmen Spider-Man und Spider-Man 2 und Spider-Man 3 bewies Sony unter der Regie von Sam Raimi das Gegenteil. Der erste Film spülte 822 Millionen Dollar in die Kassen. Der erfolgreiche Kinostart sicherte dem Superhelden zwei ähnlich erfolgreiche Nachfolger. Schauspieler Tobey Maguire verkörpert die Spinne aus der Nachbarschaft. Einen Superhelden, der kein Gott wie Thor oder Multimilliardär wie Iron Man ist, sondern einer aus der Mitte der Gesellschaft. Nach Spider-Man 3 im Jahr 2007 ein zweiter Streit über die Fortsetzung der Filmreihe Die Macher der ersten drei Teile. Als Jahre später im Frühjahr 2014 der zweite Teil der Filmreihe The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield als neuen Helden hinter den Erwartungen zurückblieb, schoben Sony und Marvel Comics Besitzer Disney einen Neustart der Figur an. Es entstand das Marvel Cinematic Universe, ein Franchise, in dem verschiedene Superhelden aus dem Marvel Comics angesiedelt sind. Seit dem ersten gemeinsamen Streifen der beiden Filmgiganten The First Avengers Civil War, in dem Tom Holland zum ersten Mal als Spider-Man im Marvel-Universum auftrat, entstanden weitere erfolgreiche Zusammenarbeiten. Doch schon länger war bekannt, dass die Kooperation zwischen Sony und der Disney-Tochter mit dem Jahr 2019 ausläuft. Zwischenzeitliche Gerüchte über automatische Verlängerungen haben sich als falsch erwiesen. Unter anderem berichtete das US-Magazin The Hollywood Reporter, dass der Vertrag tatsächlich nicht verlängert wird. Schuld daran sollen nicht nur unterschiedliche Ansichten über einen Anschlussvertrag, sondern auch der Streit um die Einnahmen der Filme sein. Bisher sah die Vereinbarung vor, dass Filmproduzent Kevin Feige die kreative Kontrolle über die Blockbuster hat, Sony aber komplett dafür bezahlt. Marvel-Mutter Disney bekam dafür 5% aller Bruttoeinnahmen vor allen möglichen Abzügen. Fast das Branchenportal der Filmstars zusammen, doch angeblich hat Disney dieser Anteil nicht mehr gereicht. Der Marvel-Mutterkonzern hat die Kosten und Einnahmen künftig genau durch zwei teilen wollen. Gleichzeitig wollte Disney den Deal auf weitere Filme mit Spider-Man-Figuren von Sony erweitern. Dies hatte beispielsweise auch Sony-Charakter Venom ins Marvel Cinematic Universe überführt. Für Sony kein schlechter Deal, denn die Comic-Filme sind absolute Kassenschlager. Ein Großteil der sicheren Einnahmen hat sich Sony damit entgehen lassen. So spielte der aktuelle Streifen Spider-Man Far From Home bisher 1,1 Milliarden Dollar ein, der Vorgänger Spider-Man Homecoming 880 Millionen. Denn ohnehin verdient Disney über den Verkauf von Fanartikel bereits ordentlich mit, auch wenn Sony die teuren Filme in die Kinos bringt. Denn Disney kassiert alle Gelder aus dem Verkauf der sogenannten Merchandise-Artikel. Martin Herbes überrascht das Platzen des Deals deshalb nicht. Der Kommunikationswissenschaftler forscht an der Universität in Friedrichshafen auch zum Erfolg von Comics. Er erklärt, das Marvel Cinematic Universe ist kontinuierlich expandiert. Damit verbunden ist jetzt auch ein neuer Fokus auf andere Figuren. Herbes vermutet, dass die Disney-Tochter künftig kleinen und bisher unbekannten Helden widmen würde. In Rente geht der Spinnenmann aber damit noch lange nicht. Sony soll bereits zwei neue Filme planen, unverändert mit Schauspieler Tom Holland und Regisseur John Watts an Bord. Zwar kann Sony dabei künftig nicht mehr auf Figuren aus der Marvel-Welt setzen, hat sich aber mittlerweile kleinere eigene Figuren aufgebaut, deren Entwicklung künftig forciert werden dürfte. Und auch für Marvel ist die Figur weiter sehr wichtig, vor allem in klassischen Comics, die immer noch ein großer Absatzmarkt sind, sagt Comic-Experte Herbes. Doch auf der Leinwand wird Peter Parker weiterhin präsent sein können. Sony kann jederzeit einen eigenen Spider-Man-Film drehen, allerdings nur ohne die Figuren aus dem Marvel-Universum, erklärt er. Trotzdem glaubt er nicht, dass eine zukünftige Zusammenarbeit von Sony und Disney ausgeschlossen ist. Es ist fraglich, ob Spider-Man langfristig ohne Marvel-Rückendeckung erfolgreich sein kann. Marvel braucht neue Leitfiguren. Eine Trennung der beiden Film-Universum ist für beide Seiten schwer und auch für Marvel nicht ohne Folgen. Nach dem Tod von Iron Man im Film Avengers Endgame galt Spider-Man als Hoffnungsträger und Zukunftsperspektive des Superhelden-Zusammenschlusses. 75% der Amerikaner sehen Spider-Man als beliebtesten Avenger. Mit seinem Wegfall braucht das Franchise eine neue Leitfigur. Die Disney-Tochter Marvel wollte sich auf Weltanfrage vor einer Klärung der aktuellen Situation nicht äußern. Das könnte auch unangenehme Auswirkungen auf den Verkauf von Fanartikeln haben. Denn sie sind besonders gefragt, wenn sie zu neuen Filmen passen, sagt Alexander Drammler, Chef eines Marktforschungsinstituts. Spider-Man ist der einzige Superheld, von dem es schon seit längerem viel Merchandise für Kinder gibt. Die Avengers gelten vor allem in Deutschland als Helden für Erwachsene. Zudem sei Spider-Man eine Marke, die schon im Grundschulalter Interesse weckte, ohne dass Kinder die eigentliche Geschichte kennen. So könnten Marvel künftig wichtige Einnahmen entgehen, wenn sie die Kontrolle über die Filme verlieren. Gewinner des Streits könnten deshalb alle anderen Marvel-Charaktere werden. Die Marvel-Superhelden sind große und symbolische Figuren, die immer mit sozialen Konflikten zu kämpfen haben, sagt Wissenschaftler Herbst. Figuren, mit denen sich der Zuschauer identifizieren kann. Neben einem Außenseiter wie Spider-Man sind das etwa der aus der Zeit gefallene Captain America oder das egomanisch verkannte Genie Iron Man. Nun beginnt im Marvel-Firmensitz im US-amerikanischen Burbank die Suche nach einem würdigen Nachfolger. Einem Helden, der wie Peter Parker humorvolle Situationen schuf und im Gegensatz zu den sonst so harten Avengers auch eine persönliche und zerbrechliche Seite zeigte. Auch deswegen wird das Marvel-Universum ohne Spider-Man für viele Fans nicht mehr dasselbe sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017